Hallo meine Lieben, habt ihr auch das gleiche Problem, dass ihr Sakrotan zu teuer in diesem Teil ist? Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ihr wisst ja immer noch, das gleiche Problem ist immer, ich hatte einen Schlaganfall und habe Aphasie. Daher fehlen mir manchmal die Worte. Wie mache ich das? Das ist vielleicht manchmal 3 Euro, manchmal 4 Euro, wenn man selber einzeln kauft. Ich mache das so, aus, dann nehme ich ein Messer, öffne das, vorsichtig, manchmal springst du es durch die Gegend, hol mir Nachfüllbeutel, die dann halt, das was sie gerne hätten, in verschiedene Brüche und mache es dann rein. Nehme den Deckel, drücke wieder drauf, mache es immer so, dass es nach vorne ist. Einfach nur vom Sehen, sieht es schöner aus. Ich öffne und mache wieder an, on und fertig aus. Und es funktioniert.